Die AfD kann sich feiern. Die Landtagswahl in Hessen, ein voller Erfolg. Hinter der CDU ist die nun zweitstärkste Kraft im Land. Diese Wahl, heute Abend, ist der Denkzettel für die Ampelregierung gewesen und ein Votum für den politischen Wechsel in ganz Deutschland. Auch viele junge Menschen in Hessen haben blau gewählt. Wir fragen nach, was hat junge Wählerinnen und Wähler überzeugt, warum wählen sie rechts? Junge Menschen sind zu Recht enttäuscht und frustriert von der politischen Lage. Warum ist das so? Und was verspricht die AfD eigentlich jungen Menschen? Die Antworten jetzt in das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der hessenschau. Wir sind für euch in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis. Hier war die AfD besonders erfolgreich bei der Landtagswahl. Gut 25% der Menschen haben ihre Zweitstimme der AfD gegeben. Wir wollen wissen, warum. Das war schon absehbar. Vor allem auch, weil viele Leute die AfD einfach aus Trotz wählen. Weil, also so habe ich zumindest das Gefühl bei mir im Umkreis, dass viele Leute auch nicht wissen, was die anders wählen sollen und deswegen aus Trotz die AfD wählen. Ich habe mich selber auch nochmal erkundigt nach den Wahlen und habe auch selbst gesehen, dass bei uns im Wahlkreis auch sehr viele die AfD gewählt haben, auch in meinem Alter. Und jetzt, so aus meinem Freundeskreis kann ich es persönlich nicht bestätigen, aber ich kenne trotzdem auch Leute, die die AfD gewählt haben. Ich selbst nicht, nee. Ich kenne aber natürlich einige aus meinem Umfeld, wo ich arbeite, kenne ich einige, habe ich drüber gesprochen. Und das liegt vor allem auch oft an, die sind sehr unzufrieden mit den anderen Parteien, vor allem der Ampel jetzt, da sehr. Und dann sehen sie da ein bisschen den Ausweg, auch gerade was die Migration angeht. Ihr merkt, jeder kennt jemanden, der AfD gewählt hat. Gerne hätten wir selbst mit jungen AfD-Wählerinnen und Wählern gesprochen, aber niemand ist in Schlüchtern vor unsere Kamera gekommen. Also fragen wir bei der jungen Alternative in Hessen selbst nach. Vorweg, die Jugendorganisation der AfD wird als rechtsextremer Verdachtsfall bewertet und somit vom Verfassungsschutz beobachtet. Und trotzdem erreicht sie viele junge Menschen. Ich war bei meinem Wahlkampf in meinem Wahlkreis sehr viel unterwegs, habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, mit sehr vielen jungen Leuten gesprochen. Und die haben mir gesagt, dass sie die Politik nicht mehr verstehen, dass sie nicht mehr verstehen, was die in Berlin machen, warum die Grünen so viel Mist machen, warum die Ampel so viel Mist macht, warum das Denzin so teuer ist, warum das Heizen so teuer wird. Das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das verstehen die jungen Menschen nicht. Und ich glaube, sie hoffen, dass wir ihnen eine Lösung bieten können. Schauen wir auf die Wählerwanderung, dann wird klar, die AfD hat von allen größeren Parteien Stimmen gewonnen. Aber wer hat denn da vor allem sein Kreuzchen gemacht? Es sind vor allem junge Männer, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Warum? Das könnte zum Beispiel gekränkte Männlichkeit sein, das sagen Politikforscher der Uni Hamburg. Denn die AfD, sie vermittelt ja sehr traditionelle Familienbilder. Da bleiben die Mütter bei ihren Kindern daheim. Aber die Gleichberechtigung und die Mitsprache von Frauen, die könnte Männer bedrohen oder sie könnten sich bedroht fühlen. Auch 9000 grüne Wählerinnen und Wähler sind zur AfD gewandert. Ein politisch riesiger Schritt. Heute hat mich ein Arbeitskollege darauf angesprochen. Und seine Töchter waren beide immer grünen Wähler oder grünen Wählerinnen. So muss man ja sagen. Und jetzt haben die eine eigene Wohnung. Sie gründen langsam eine eigene Familie. Sind auch so in meinem Alter, also Ende 20. Und da merken die, dass die Preissteigerung bei der Energie, beim Heizen, beim Wasser, an der Tankstelle, beim Einkaufen, dass das also eine Dimension angenommen hat, die man so nicht mehr akzeptieren kann. Und die befassen sich dann mit der Politik und kommen auf uns und hoffen auf uns. Eine Tatsache, die den Grünen logischerweise gar nicht gefällt. Aber Rudi Tschitschek kann den Frust junger Menschen verstehen. Wenn man ganz konkret auf materielle Verhältnisse schaut, vor allem bei jungen Menschen, müssen wir sagen, verstehen wir diese Enttäuschung. Also es hat sich vor allem in Bereichen Mietpreise für Studenten und Azubis, aber auch beim BAföG oder auch gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Vorhaben nicht wirklich viel getan seit der Ampelregierung. Und es schlägt sich dann teilweise auch, auch wenn es natürlich die Falschentscheidung ist, diesen Frust bei der AfD rauszulassen, aber zumindest irgendwo erklärbar, woher dieser Frust dann auch kommt. Die Frage ist, kümmert sich die AfD denn um all diese jungen Themen und ist sie damit eine wirkliche Wahlalternative? In ihrem Wahlprogramm fordert die AfD, die Kitas an Unis zum Beispiel auszubauen oder einen Kinderzuschuss aufs BAföG zu zahlen. So sollen Frauen Studium und Familie besser unter einen Hut bekommen. Die AfD will sich aber auch inhaltlich einmischen. Genderwissenschaften würde sie am allerliebsten verbieten. Das würde, so wörtlich, keinen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten und zur Frustration junger Menschen führen. Gerade in den sozialen Netzwerken punktet die AfD. Hier erreicht sie viele Menschen mit kurzen Videos und Textkacheln. Das meiste davon ist populistisch und polarisiert. Nehmen wir mal TikTok, TikTok als Plattform. Und da ist die AfD besonders stark im Vergleich zu den anderen Plattformen. Was machen sie anders als die anderen Parteien? Erst einmal, also Schritt eins ist, sie suggerieren einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Der zweite Punkt ist, sie sorgen für Polarisierung. Also immer dann, wenn eine Aussage getätigt wird, die aneckt, dann ist es die Natur der sozialen Kanäle, dass Menschen darunter ihre Meinung schreiben. Das erkennt der Algorithmus von TikTok und spielt diese Dinge dann, wo viel drauf interagiert wird, mehr Nutzern am Ende des Tages aus. Und gerade bei TikTok erreichen solche Inhalte nun mal vor allem die Jungen oder sogar ganz Junge. Dieses Land wird von Idioten regiert. Die Social Natives, also die junge Generation, die aufwächst, die vielleicht mit 13 Jahren zum ersten Mal ihr Mobiltelefon in der Hand halten. Die loggen sich mit ihren Accounts ein und scrollen dann durch diese Inhalte durch. Und wen sehen sie da als erstes? Sie sehen als allererstes die, die viel auf diesen Medien präsent sind. Sie sehen viele Meinungsmacher. Und das unterschätzen viele andere Parteien. Sie unterschätzen die Macht der sozialen Medien. Für die grüne Jugend ist klar, die abgewanderten Wählerinnen und Wähler wollen sie zurückgewinnen. Jetzt gilt es aber nicht einfach nur, um in diese Enttäuschung zu versinken, sondern daraus auch einen Handlungsauftrag abzuleiten, dass wir alle zusammen, alle demokratischen Parteien, aber auch wir Jugendorgas wieder lauter werden müssen. Wir dürfen diese Bühne nicht der AfD überlassen. Fünf Jahre sind es bis zur nächsten Landtagswahl mit neun jungen Wählern. Bis dahin füllt sich ein guter Teil der Reihen hier im Landtag AfD blau. Für mehr News aus Hessen lasst gerne ein Abo da.